Herzlich willkommen im MWK-Shop. Heute möchte ich nochmal ein kurzes und kleines und knappes Video darüber drehen, wie die Handschuhe von Milwaukee selber aufgebaut sind. Es gibt drei verschiedene Handschuhtypen. Ich verwende meistens die Freeflex-Handschuhe, weil die sehr gefühlsecht sind, sage ich jetzt einfach mal, und weil ich nicht so viel Schutz brauche. In vielen anderen Bereichen benötigt man vielleicht stärkere Handschuhe. Die zeige ich euch jetzt aber nach dem Intro. Bei den Handschuhen können wir unter drei verschiedenen Typen unterscheiden. Einmal die Freeflex-Handschuhe, einmal die normalen Arbeits-Handschuhe und eben noch die Fingerless-Handschuhe. Alle Handschuhe haben so die gewissen Vor- und Nachteile, die möchte ich euch jetzt nochmal kurz erläutern. Also, es beginnt bei den Freeflex-Handschuhen. Die sind relativ dünn. Wenn ich die jetzt einmal anziehe, kann ich euch das nochmal kurz demonstrieren. Ihr habt hier vorne einen kleinen Milwaukee-Stick. Ja, der ist auch in schwarz, natürlich auch auf einer schwarzen Fläche. Das sieht man immer relativ schwer. Ihr habt hier vorne nochmal so ein etwas weicheres, dehnungsfähigen Stoff. Das ist ganz gut, besonders wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche gekrümmten Arbeiten machen solltet. Ihr habt vorne eine Verstärkung der Naht und genauso wie auf der Handfläche eben so eine Art Kunstleder. Sehr vorteilhaft, weil dadurch reiben die eben nicht so sehr schnell durch. Und besonders das Allerwichtigste, was ich jetzt bisher bei den Stoffen eben oder bei den Handschuhen so rausgefunden habe, deswegen sind die auch eben mein Favorite, sind hier, ich kann euch gar nicht genau sagen, was das für ein Stoff ist. Es ist eben so ein richtig weicher Baumwollstoff, würde ich jetzt einfach sagen, oder vielleicht so ein Mikrofaserstoff. Ja, zum Abwischen des Schweißes an der Stirn. Ja, es ist eigentlich fast immer so, ihr kennt das selber, ihr seid auf der Baustelle, ihr seid am Ölen ohne Ende. Ja, und dann wollt ihr einfach nur mal kurz euren Schweiß an der Stirn abwischen. Das ist ideal mit dieser Fläche hier, weil man wischt das genau immer so mit der Stirn weg. Gut, das sind die kleinen Vorteile bei den Handschuhen. Gehen wir mal weiter zu den anderen Handschuhen. Zu den normalen Arbeitshandschuhen, das sind die etwas klobigeren oder dickeren Handschuhe. Bei denen ist es so, die sind schon wirklich sehr robust gebaut. Hier vorne habt ihr so eine kleine Gummierung und wenn ich die jetzt auch nochmal anziehe, kann ich euch nochmal zeigen, wie die wirklich komplett aussehen. Hier seht ihr das nochmal, hier diese feste Gummierung, das heißt, selbst wenn ihr irgendwelche Schläge darauf abbekommt, ist eigentlich soweit alles safe. Ihr habt nochmal ein etwas dickeres Material als bei den normalen Free-Flex-Handschuhen. Ihr habt ja auch viele Nähte und Einnähte, genauso wie diesen dehnungsfähigen Stoff, der auch wirklich ganz gut ist zum Arbeiten. Genauso wie der kleine Vorteil hier, dass besonders partiziell bei den sehr stark genutzten Handflächen hier nochmal eine Gummierung drauf ist, besonders auch um den Grip zu erzeugen, falls ihr irgendwelche schweren Sachen tragen müsst. Genauso wie hier, hier reißen ja die meisten Handschuhe als erstes und hier habt ihr eben auch nochmal eine kleine Gummierung oder eben eine Verstärkung, damit das Ganze nicht reißt. So, das waren die Arbeitshandschuhe. Jetzt gehen wir nochmal weiter zu den Fingerless-Handschuhen. Die sind eigentlich fast identisch mit den normalen Arbeitshandschuhen. Ihr habt eben nur die Möglichkeit, dass sie eben, wie gesagt, fingerlos sind. Das heißt, ihr habt mehr Gefühl beim Arbeiten. Und das könnt ihr hier auch nochmal sehen. Ich habe jetzt nochmal so als Beispiel gesagt, immer die Größe 11. Ich bin noch ein sehr großer Mensch, habe auch sehr große Hände. 10 ist so mehr die Durchschnittsgröße und auch die meistverkaufteste Größe. Hier habt ihr eben nochmal diese ganze dehnungsfähige Fläche, genauso wie das Ganze ist auch noch so ein bisschen isoliert. Ich denke mal auch schon aufgrund der Kälte oder generell auch der Wärme. Ihr habt eben Fingerless. Hier habt ihr nochmal eine kleine Verstärkung, aber die Fingerkuppen sind komplett frei zum Greifen, Fühlen oder sonstigen Sachen. Und ihr habt eben auch noch ein paar partiziell hier eine kleine Dämpfung und ein kleines Polster, genauso wie eine neue Naht. Die sind aber nicht so rutschfest. Ich sage mal einfach mal, abrutschen tut ihr trotzdem nicht, aber die anderen sind natürlich ein bisschen stärker bei sowas. Ansonsten sind die schon relativ ähnlich wie die normalen Arbeitshandschuhe. Kleiner Vorteil auch ich wieder hier, wie bei den Freeflex-Handschuhen, dass ihr diesen kleinen Mikrofaserstoff habt zum, ich sage mal, Schweißabwischen. Das waren eigentlich alle Handschuhe, jetzt nochmal kurz so einen kleinen Überblick gesagt, von der Art und von dem Aufbau her. Ich habe wirklich schon während des Arbeiten auch gemerkt, dass Milwaukee sich selber da schon sehr viele Gedanken gemacht hat, wie man so ein paar Arbeitsabläufe mit den Händen und sowas gestaltet, besonders auch schon mit diesem Schweißabwischen. Und auch schon der Gefühlsechtheit bei den ganzen Handschuhen. Und ich denke mal, das hebt sich sehr stark ab, vor allem in vielen anderen Arbeitshandschuhen, die einfach nur ganz normal mit einem normalen Stoff und eben ein bisschen Gummifläche sind. Ich denke mal, da kann man schon so ein bisschen die Qualitätsunterschiede erkennen. Gut, habt ihr sonst irgendwelche Fragen zu diesen Arbeitshandschuhen, zu allen anderen Sachen? Ich bin gerne für euch da, schreibt uns gerne. Ansonsten subscriben, liken, teilen und viel Spaß mit den nächsten Videos. Ich bin gerne für euch da, schreibt uns gerne.